Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part vom Pokémon Trading Card Game Online. Heute spielen wir das Quajutsu Turbo Deck im Standardformat. Das Quajutsu Turbo Deck ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das ist sogar eins der besten oder auf jeden Fall eins der besseren Decks, die man so spielen kann. Dafür braucht man halt, ja, Quajutsu Turbo, wie man sich schon vorstellen kann. Der Rest des Decks ist relativ billig, also den kriegt man relativ schnell zusammen. Also, das Problem sind dann halt nur die Quajutsu Turbo Karten, für die man durchaus einiges bezahlen muss. Ich habe dafür einige Booster Packs tauschen müssen, aber ansonsten ist das Deck schon relativ billig. Wie man hier sehen kann, Fiaro ist drin, damit man einen schnellen Start hat, schnell die Sachen kriegt, die man braucht. Ja, dann packe ich gleich halt am Fitzel auf die Bank, hole mir drei weitere möglichst davon und dann müssen wir nur noch mit Tauchball, Levelball und anderen Kram irgendwie die anderen Karten bekommen. Und dann haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Hört sich jetzt alles einfacher an, als es eigentlich ist, aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Also, das Deck ist, ich will nicht sagen, es ist leicht zu spielen, aber auch nicht wirklich schwer oder so. Also, das ist auf jeden Fall schon mal keine gute Starthand, weil ich keine Energie habe, wobei, ja, brauchen wir auch gerade nicht so wirklich. Aber ich kann halt auch nicht wirklich etwas einsetzen hier, ne. Also, ich kann jetzt hier einfach den Zug beenden, weil kein N, kein Flordelis, kein Gar, nee, äh, N, kein Platan, kein Gar nichts. Also, wir könnten jetzt hier nicht groß was machen. Naja, gut, wir werden mal sehen, wie sich dieses Spiel so entwickelt. Ich glaube, ich habe hier relativ gute Chancen, vor allem, weil er halt auch Feuerkarten spielt und wir, ja, halt Wasserkarten haben, wogegen er eine Schwäche hat. Also, wir dürften hier einen klitzekleinen Vorteil haben, aber wir werden sehen, ob wir wirklich einen Vorteil haben. Hier ein schönes Vulcanion mit so einer komischen Dampfkesselschrift auf dem Artwork, habe ich auch noch nie gesehen. Anscheinend eine Promokarte, wie man hier sehen kann. Interessant. Und ja, heute möchte ich mit euch wieder über etwas reden und zwar über die NES Mini oder NES Classic Mini heißt es, glaube ich, richtig. Das ist so eine Konsole, kann man schon sagen, die von Nintendo rausgebracht wurde vor einigen Tagen, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, weil heute ist Freitag, der 11. November. Also, für euch ist jetzt wahrscheinlich Dienstag, der 14. Richtig? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich nehme das Ganze immer ein bisschen vorher, im Vorhinein, Voraus, 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 irgendwas, auf. Und diese Hand ist so verdammt schlecht. Ich habe halt echt nichts, was ich hier machen kann. Ah, ja komm, hier, falls der N einsetzt, dann will ich zumindest noch hier irgendwie, ja. Gut, was ich sagen wollte, die NES Mini ist halt heute für mich erschienen, aber leider habe ich keine bekommen können. Ich habe es leider versäumt, mir das Ding vorzubestellen, beziehungsweise ich war einfach nicht schnell genug. Das Ding war ja innerhalb von, ja, Minuten eigentlich weg, ne. Ich weiß nicht, ob ihr da dieselben Probleme hattet, oder ob ihr vielleicht sogar eine bekommen habt, oder ob euch sowas überhaupt interessiert, keine Ahnung. Aber ich habe natürlich sofort versucht, eine zu bekommen. Bei der Vorbestellung hat es nicht geklappt, dann war ich gestern unterwegs, habe geschaut, ob es vielleicht schon früher irgendwo eine NES Mini gibt. Weil, wenn ich die irgendwie früher bekommen kann, dann bin ich halt der Erste und dann kann mir kein anderer die wegnehmen. Aber gestern gab es halt noch gar keine, was zu erwarten war, aber man kann ja mal nachschauen. Und dann heute nochmal nachgeschaut und, ja, ihr könnt euch denken, dass auch da nichts zu finden war. Relativ enttäuschend, war irgendwo abzuerwarten, äh, zu erwarten, abzuerwarten? Ach, es war irgendwo zu erwarten. Ähm, aber dennoch, trotzdem relativ schade. Hätte halt schon gerne eine NES Mini gehabt. Das Ding an sich für, ich meine, 60 Euro, ne, ist schon nicht schlecht. Einige sagen sicherlich, äh, warum soll ich mir sowas kaufen, wenn ich mir einfach, äh, alle Spiele auf einen Emulator packen kann. Moment, eben hier, äh, hier, Proxy. Vielleicht haben wir hier doch noch eine Chance. Da müsste ich jetzt aber ziemlich gute Karten ziehen. Ich kann jetzt noch nicht entwickeln, weil wenn ich jetzt entwickle, würde ich halt das hier umbringen, aber dann wird mein Quajutsu sofort sterben. Ich muss auf Wasserduplikate gehen. Moment mal, ich könnte ja auch einfach, wenn ich Flordelis einsetze, ne? Wenn ich auf Flordelis gehe und das Ster... Ah, ne, das hat keine Rückzugs... Mh. Aber wenn ich auf das hier gehe... Uh, ich hab einen Plan. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber versuchen wir es mal. So. Ähm, hier. Wasserduplikate holen uns die anderen drei Amphitzels. Packen die auf die Bank und hoffen mal auf das Beste hier. Äh, ja, wie gesagt, NES Mini, Classic, Classic Mini. Auf jeden Fall eine sehr coole Konsole, sehr cooles Konzept, wie ich finde. Einige sagen sicherlich, warum soll ich mir eine NES Mini, Classic, Classic Mini kaufen, ähm, wenn ich doch einfach mir einen Emulator runterladen kann und dann entsprechend die ROMs runterladen kann. Ist natürlich irgendwo ein legitimer Punkt. Natürlich muss man bedenken, dass... Oh. Äh, ich muss wechseln. Ja gut, gehen wir mal auf Proxy. Äh, natürlich muss man dabei denken, dass... Das mit den Emulatoren immer so, ja... Ja, sehr fragwürdig ist. Ist natürlich immer so eine rechtliche Grauzone. Ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Einige sagen, wenn man das Spiel besitzt, dann darf man das machen. Einige sagen, das ist so oder so verboten, weil es irgendwie Raubkopie oder sowas ist. Also so ganz kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Moment. Oh, was mache ich jetzt? Ähm... Die Frage ist halt, jetzt gehe ich auf das Amphitzel, was die Energie hat? Ich glaube tatsächlich nicht. Weil wenn ich... Moment, 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 Moment. Äh, mh, ne, komm, hier. Packen wir erstmal das hier rein. Hoffen, dass hier irgendwas... Superange... Superange... Ja, das... Ich habe hier halt gerade echt schlechte Karten, ne? Ich bräuchte halt N oder... Irgendwas, was mir halt hilft. Aber so bringt mir das nicht wirklich viel. So, Tauchball Nummer 2. Holen uns das zweite Quajutsu. So. Und ja, das war es auch schon wieder für diesen Zug. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ist halt auch so eine rechtliche Grauzone, wo man nie so genau weiß, darf man das jetzt, darf man das nicht. Natürlich wird einem da im Normalfall nichts passieren. Also, ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der, weil er sich irgendwie einen Emulator plus irgendeinen ROM runtergeladen hat, dass er da irgendwie groß abgemahnt wurde. Aber ich finde halt, moralisch ist das auch immer so eine Sache, wenn man sich ein Spiel runterlädt, was man nicht selbst besitzt, was man nicht selbst besitzt, was man sich dann quasi, ja, was man sich erstohlen hat, wenn man so will. Äh, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so meins. Ich kann aber auch verstehen, wenn andere das anders sehen. Ist dann halt eure Sache. Aber für mich, ich habe die Dinge halt immer gerne physisch. Vor allem, weil, äh, ja, weil man dann halt auch eine schöne Box hat und so. Also, also, ich als Sammler finde das schon relativ cool. Vor allem, wenn man, ähm, ja, bei der NES Mini, wenn man sich da mal das Design anschaut, ist halt echt das klassische alte Design. Das gefällt mir sehr gut. Und diese verdammte Hand ist halt echt so nutzlos. Äh, äh, hm. Ich habe einen Plan. Glaube ich. Okay, oh, wir können heilen. Mich hat gar nicht bemerkt. So, machen wir mal hier. Monscheinflitzer nehmen die Energie zurück auf die Hand. Der ist jetzt down. Jetzt ist halt das Problem, dass er noch seine... Oh, N. Perfekt. Ähm, dass er noch seine anderen drei, äh, ja, seine anderen drei Volkanion EX hat, die ich mehr oder weniger leicht besiegen kann. Na. Äh, es kommt halt jetzt echt stark darauf an, was ich gleich ziehe. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Coole an der NES Mini ist halt auch irgendwie das Design, die ganze Nostalgie, die damit verbunden ist. Ist halt einfach wahnsinnig cool. Ich habe mal auf Twitter rumgefragt, ob die anderen, also ihr, einige von euch, die mir auf Twitter folgen halt, ob ihr eine NES Mini habt heute finden können, oder ob ihr da auch kein Glück hattet. Und ziemlich viele haben tatsächlich geschrieben, beziehungsweise in der Umfrage angegeben, dass sie das Ding gar nicht mal so sehr interessiert. Was ich interessant finde, weil irgendwie ist das Ding seit Anfang an ausverkauft, aber ein Großteil von euch interessiert sich nichtmals dafür. Komisch, komisch. Ah ja, was mache ich jetzt? Also ich hätte da schon mit was anderem gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass jeder irgendwie das Ding haben will. Ähm, hm. Super Angel würde ich mir Quajutsu und das, ja. Pokémon Ranger. Also, entweder ich gehe auf N, dadurch würde er halt eine Karte verlieren und ich könnte mir... Also, das hier machen wir auf jeden Fall. Das können wir nicht machen, weil ich da nichts anderes mehr machen kann. Super Angel ist gerade echt so schlecht, ne. Aber ich glaube, ich muss auf Platanen gehen, um bessere Karten zu ziehen, ja. Weil N bringt halt echt nicht so viel. Das war echt eine schlechte... Das... Was soll ich denn hiermit? Äh, holen wir uns mal das nächste Quajutsu. Tuobo. So. Äh, packen das hier... Ach ja, geht ja. Ach, ich hab ja... Hab ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, das wären schon zwei Quajutsus. Aber ist ja Quatsch. Das einzige Quajutsu, das ich hab, ist das hier. Ja, komm, hier. Mondschein, Flitzer, Dingens. Schlitzer, nicht Flitzer. Nehmen wir uns die Energie auf die Hand zurück und machen hier einfach mal 120 Schaden. 160. Ja, stimmt, wegen 80 und nicht 60, genau. Äh, ja, wie gesagt, einige von euch, oder viele von euch, scheinen sich gar nicht so wirklich dafür zu interessieren, was ich sehr interessant finde. Wie gesagt, das Ding war seit Anfang an ausverkauft. Deswegen hab ich eigentlich damit gerechnet, dass ein Großteil von euch, ja, unbedingt auch eine NES Mini haben wollen würde, aber irgendwie komisch. Komisch, komisch. Okay, neues Volkanion drin. Und ja, auf der NES Mini sind dann halt auch schon 30 Spiele drauf. Mehr oder weniger bekannte Spiele, wie zum Beispiel Mario Bros, Mario Bros 2, Mario Bros 3. Ah, Moment. Hätten wir auch noch... Was haben wir noch? Ähm... Moment, mal hier mal eben, so. Gleich bin ich soweit. So, hier eben auf Astrainer gehen. Ziehen uns gleich mal 6 neue Karten. Er darf sich nur 3 ziehen, also... Wäre N nicht besser gewesen? Ich hab jetzt gar nicht so drauf geachtet. Naja. Wenn ich jetzt hier noch... Naja... Naja... Hier Mondsteinflitzer, so. Ich glaub, ich hab das hier verloren, ja. Was will ich hier noch groß machen, ja? Ja, auf jeden Fall, es kommen 30 Spiele vorinstalliert mit der... mit der NES Classic Mini. Mario Bros, Zelda... Metroid ist, glaub ich, auch drauf. Das erste Final Fantasy. Ähm... Gradius ist drauf. Oder Gradius, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Punch-Out? Ist Punch-Out drauf? Oder war das sogar Super Nintendo? Ich weiß es gar nicht. Hab ich auch nie gespielt. Ich kenn das Spiel zwar, aber selbst gespielt hab ich's nie. Ähm... Kirby... ist drauf. Was haben wir noch? Ich mein, es sind halt auch 30 Spiele drauf, ne? Ich kann jetzt hier auch nicht jeden einzelnen Titel nennen, weil ich auch nicht alle im Kopf hab. Aber schon einige sehr coole Spiele dabei, wo es sich durchaus lohnen würde... das Ding mal zu kaufen. Ähm... Vor allem, wenn man das mit den Preisen für... Für, für, für... Ja, normale Dingens. Für normale... Äh... Für normale... Äh... Ich kann heute irgendwie nicht reden. Mir fällt grad nicht ein, was ich sagen will. Ja, für normale E-Shop-Titel vergleichen, ne? Also für Virtual Console, mein ich. Da kostet ja... Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel das normalerweise da kostet. Ich hab jetzt halt mal vor kurzem nach Nintendo 64 Spielen geschaut, im E-Shop. Und die kosten da 9,99 Euro. Was tatsächlich... Ja, schon einiges ist, ne? Äh... 100... Ähm... 160... Plus 70... Hier in 230 würde 120 ausreichen. Nein, würde es nicht, verdammt. Äh... Ja, komm. Ja, ich hab jetzt eh verloren. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch bloß mache, ne? Ja, weil er guckt jetzt halt... Ja, ich hab verloren, komm. Können wir aufgeben. Und machen noch ein Spiel hier eben. So. Und so. Ähm... Was wollte ich grad sagen? Ich hatte grad irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Im Nintendo E-Shop kosten halt... Äh... Die älteren Spiele... Also Nintendo 64 Spiele kosten 9,99 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel... Ähm... Ja... Nintendo, also... NES Spiele kosten. Das kann ich euch nicht sagen. Es werden wahrscheinlich... Ich schätze mal 4 bis 5 Euro sein pro Spiel. Das ist jetzt aber auch nur geschätzt. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob sich das wirklich rechnet. Verglichen mit der Nintendo Classic Mini. Vor allem kommt ja auch immer drauf an, welche Spiele man davon überhaupt mag. Welche nicht. Weil man kriegt halt 30 Spiele, die man sich nicht aussuchen kann. Und wenn du in den E-Shop... Oder wenn man in den E-Shop geht, dann kriegt man halt die Spiele, die man will. Für den entsprechenden Preis. Deswegen... Ja... Weiß ich nicht. Ich hätte es auf jeden Fall ziemlich cool gefunden, wenn es noch welche gegeben hätte. Aber naja. Kann man nichts machen. Mal schauen, wie lange es jetzt dauern wird. Ähm... In der Produktion. Bis man mal neuer bekommt. Heute war auf jeden Fall nichts da. Äh... Ich rechne auch nicht damit, dass es in den nächsten paar Wochen was wird. Ich denke mal, wir haben hier so eine klassische Amiibo-Situation, wo man wirklich Monate darauf warten muss. Vor allem jetzt, wo wir uns dem Weihnachtsgeschäft nähern. Da kann es durchaus mal etwas länger dauern, bis... Äh... Mehr... Wieder genug... Auf Lager ist, ne? Weil... Zu Weihnachten will halt jeder sofort das beste Geschenk haben. Und ich denke, die NES Mini, Classic Mini ist da schon hoch im Kurs, ne? Ich denke, das wünschen sich ziemlich viele. Vor allem, weil der Preis auch so, also finde ich jetzt, ziemlich niedrig ist. Als das Ding ursprünglich angekündigt wurde, da hatte ich eigentlich eher mit so 100 Euro gerechnet. Aber letztendlich sind es halt nur 60 Euro geworden. Mit Controller sogar, also... Muss ich schon sagen, gefällt mir sehr gut. Vom Preis her ist das echt nicht schlecht. Hyperball, ja, komm. Ist das hier das Regenbogending... Ja, Regenbogendeckdingens, oder? Ja, wobei... Was macht das hier eigentlich? Verhindere alle Effekte von Angriffen und Einstellungen... Hm, hm, hm. Ja, gut. Mega-Entwicklungen haben wir keine im Deck. Ähm... Keine Spezialenergie-Karten oder Stadion-Karten von seiner Hand. Ja, gut. Halb so wild, ne? Für vier Energie? Hm. Ähm... Gut, wir legen hier einfach mal das an. Der kann jetzt eh nicht angreifen. Deswegen brauche ich den Platzballon noch nicht einzusetzen. Ich gehe mal auf den Tauchball, hole mir ein Froxy. Äh, wobei das war gar nicht mal so schlau, ne? Ich hätte mir vielleicht... Ja, hm, ja. Das war ein Fehler. Gut. Äh, Aeroblitz oder Aeroblitz, wie auch immer. Holen wir uns ein... Wir brauchen eine Energiekarte, damit wir gleich wechseln können. Energiekarte, nehmen wir mal... Eine normale Energiekarte und gehen auf die Rausee. Einfach damit sein Feedingensier weg ist. Ich hoffe mal, er setzt jetzt nicht N ein. Das wäre ein klitzekleines Problem. Aber mal schauen. Wobei die Chance, dass wir dann so schlechte Karten kriegen, ist gar nicht mal so hoch. Weil wir brauchen eigentlich nur eine Energie und einen Amphitzel, ne? Der Rest ist eigentlich auf unserer Starthand hier gerade eher irrelevant. Geokontrolle... Ähm... Ja... Moment, das ist gar nicht das Regenbogendingensdeck, ne? Ne. Ich war halt verwirrt, weil es Regenbogenlanze hat. Aber das ist ja nicht dasselbe wie diese andere Attacke von dem anderen Keldeo. Falls ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht, aber egal. So, Raue See. Wir wechseln das Fiaro, äh, so. Auf das Amphitzel. Problem ist jetzt halt, dass ich maximal noch zwei in meinem Deck haben kann, ja. Weil halt das eine schon auf meiner Starthand war. Was ein bisschen ungünstig ist, aber, naja, könnte schlimmer sein. Jetzt muss ich halt noch irgendwie meine Quajutsus bekommen und dann kann ich so richtig austeilen. Mal schauen, wie schnell wir das hinbekommen. Wir können ja auch im nächsten Zug ganz einfach auf Fiaro wechseln. Aber ich hätte... Ne, wobei... Hm. Hoffentlich hat er keine Fee-Arena, weil dann wäre das jetzt blöd für mich. Warum hat das eigentlich ein anderes Artwork als das? Weil es aus verschiedenen Serien ist wahrscheinlich? Schätze ich mal. Ah, Promokarte aus X und Y und das haben wir hier. Ist was anderes. Ich weiß nach wie vor nicht, was diese Symbole bedeuten. Ich meine, jedes Symbol steht halt für eine Booster-Pack-Serie, aber ich weiß halt nicht, welches Symbol für welche Serie steht. Promo X, Y. Für was könnte das denn überhaupt stehen? Also, einfach so vom Symbol her? Absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Komisch. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Spiel hier nochmal. Und dann war es das auch schon für diesen Part. Ich habe eigentlich jetzt schon alles besprochen, was ich besprechen wollte. Kommt jetzt enden? Das wäre für mich gar nicht mal so schlecht. Ja, okay. Ich muss Quajutsu ziehen, bitte. Dreimal Quajutsu. Plus N. Das wäre ganz cool. So, jetzt hier, komm. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Zwar kein N, aber zweimal Quajutsu immerhin. Das, oh oh. Oh, bitte sag mir, du hast nicht die zweite Energie jetzt noch. Nein. Das Ding ist, mit Strom des Lebens macht er halt 20 Mal der Anzahl der angelegten Energien. Das wäre bei momentanem Stand 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise 6, weil er ja eine Doppelenergie angelegt hat. Ähm, so. Oh, das ist eine sehr gute Karte. So, entwickeln wir Quajutsu Nummer 1. So, Quajutsu Nummer 2 hätten wir jetzt auch. Der Level-Ball, ja komm. Besser als es einfach wegzuschmeißen, ist es allemal. Gehen wir hier auf ein weiteres Froxy. Packen das auf die Bank. Legen den Platzballon hier an. Äh, und gehen auf Platan. Das war sehr gut. So, ziehen ein paar neue Karten. Leider kann ich jetzt noch nicht... Ähm... Hm. Ich kann jetzt halt noch nicht irgendwie das Quajutsu weiterentwickeln. Wenn ich hier auf 60 Schaden gehe, auf 80 Schaden gehe, dann ist er halt auch noch nicht down, ne? Das wäre nur 120. Aber, aber, aber. Wenn ich es halt nicht mache, er wird... Ja, ich muss es machen. Ich muss auf Monschein-Flitzer gehen. Schlitzer, ich sag immer Flitzer. Monschein-Schlitzer gehen, nehmen die Energiekarte zurück. Der geht runter auf gerade mal 30 Kapedias noch hat. Und wenn er jetzt angreifen würde, was er nicht kann... Ah, doch, kann er doch, wenn er jetzt hier noch eine weitere Energie anlegt. Äh, dann würde er durch den Platzballon sterben. Ich würde zwar meinen Quajutsu verlieren, aber, naja. Ist halb so schlimm, würde ich mal sagen. Jetzt müsste ich halt noch irgendwie an das nächste Quajutsu... Ja. Hm. Hm. Ich hab halt auch N auf der Hand, ne? Ich muss sagen, ich hab Pokémon Ranger in dem Deck, weil ein anderer Spieler... Spieler, also derjenige, von dem ich das Deck zum Großteil kopiert habe, das auch drin hatte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich überhaupt brauche, weil... Ich hab's bisher noch kein einziges Mal genutzt. Ich hab das Deck jetzt auch noch nicht so oft gespielt, aber... Es waren sicherlich schon mindestens 10 bis 15 Spiele. Ich mein, es ist jetzt nicht die Welt, klar, aber... Hm. Der geht immer weiter auf Geokontrolle. Okay. Die Frage ist, wie besiege ich seine 3 Giratina EX? Der macht zwar auch nur 100 Schaden, aber trotzdem... So, gehen wir hier auf die Energie. Ich muss eigentlich auf Professor Platan gehen, weil ich ihm sonst mehr Karten geben würde. Und durch N... Ja, genau. So, wir haben hier ein Kwa-Ju-Zu. Perfekt. Ah, nicht perfekt, aber... Ah, Moment, ich hab gar keine Energie... Da hab ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Wir haben aber noch einen weiteren Platzballon. Wie viel Energie... äh, wie viel Leben haben die? 170. Okay. Ähm... Ich könnte wechseln auf das, das macht aber keinen Unterschied. Ja gut, packen wir einfach mal einen Platzballon drauf. Entwickeln hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier entwickeln soll, weil wenn er Flordelis hat, ne? Das wäre ein Problem. Ja, komm, machen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich glaub nicht, dass es so schlau war, aber naja. So, gehen wir auf Schatten sticken. Oder? Oder nicht? Was haben die für eine Fie... Ah ja, genau, dass hier keine... Hm. Hm. Keinen Schaden durch Mega-Entwicklungs-Pokémon nehmen können. Ich geh auf Monschein-Schlitzer, nehm die Energie zurück, damit ich im nächsten Zug eine Karte hab, die ich mit Kwa-Jutsu abwerfen kann. So. Ein weiterer Platzballon. Jetzt kommt sicherlich das hier rein, ne? Das... Vollkommen overpowered Geratina. Oh, Moment. Er kann mich ja gar nicht umbringen mit seinem Geratina, ne? Das ist mir grad gar nicht so aufgefallen. Weil das macht ja nur 100 Schaden, beziehungsweise 110 mit dem Kampfgeist-Gürtel. Oh. Der hat 150. Das kann ich jetzt so leicht auch nicht killen. Selbst wenn ich das zweite Kwa-Jutsu irgendwie reinbekommen würde. Hm. Flordelis. Oh nein, 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 nein. Das wollte ich eben nicht. Ja, jetzt kommt mein Kwa-Jutsu-Turbo rein, aber er kann es halt auch nicht umbringen, ne? Zumindest wüsste ich nicht wie. Das macht nur 100 Schaden. Und beziehungsweise 110. So. Ähm. N. Heilen wir mal eben. Heilung ist jetzt hier nicht die Welt, aber... Könnte schlimmer sein. Ähm. Als erstes setzen wir mal den gigantischen Wasser-Dingens ein. Ähm. Hm. Ich würde am liebsten... Also, das hier ist grad so ein bisschen die größte Bedrohung, ne? Weil es echt viel Schaden macht. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ich lege... Ich kann... Ach, ich kann... Äh. Ich kann keinen Platzballon anlegen. Stimmt. Ich kann nicht auf N gehen. Ich kann echt nicht auf N gehen. Wenn ich auf N gehe, dann... Ja. Zieht er halt echt viel zu viele Karten. Das wäre echt nicht gut für mich. Was ist denn das für eine... Nein! Ach, diese Hand ist echt nutzlos. Ich hätte echt eine Wasserenergie gebraucht. Moment. Das ist mein... Mein drittes Quajutsu ist anscheinend in meinen Preiskarten. Okay. Das ist jetzt echt... Dumm gelaufen. Ähm. Hm. Gut. Gehen wir auf Mondscheinflitzer. Ah! Verdammt nochmal. Ich will immer Schlitzer... Äh. Flitzer sagen. Dabei ist es Schlitzer. So. Hier. 80 Schaden. Quajutsu wird jetzt sterben. Was ein Problem ist. Ähm. Ja. Auch hier wieder das Problem, dass er... Beziehungsweise, dass ich einfach keine Energiekarten bekommen habe. Beziehungsweise, dass er nicht genug Energiekarten bekommen habe. Das Ding ist halt auch, dass das Deck gerade mal... 10 Energiekarten spielt insgesamt. 8 normale Wasserenergie und 2 von den... Spezialenergiekarten. Oh nein. Ja. Jetzt kann er das halt locker zurückziehen auf das hier. Was er... Was er jetzt nicht machen wird, weil... Aha. Er auch so schon meins umbringen kann, aber... Ah. Wie genau gewinne ich jetzt? Ist eine... Frage, die ich mir stellen muss. So. Wir haben jetzt hier noch... Ach, ich kann jetzt nicht... Hahaha. Das wäre so perfekt gewesen. Aber ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Was mache ich jetzt? Das ist... Ja, was jetzt? Ja, komm, hier gehen wir mal auf das Ding hier. Holen uns ein Amphitzel. Hätte ich schon im letzten Zug machen sollen, weil da könnte ich jetzt Quajutsu reinpacken, aber... Naja, geht halt nicht, ne? So. Ähm. Ich muss eigentlich wechseln. Ich muss wechseln. Das geht so nicht. Ich gehe auf Fiaro. So. Gehen wir auf Aero... Ah, Aero Blitz. Wie auch immer. Holen uns zwei Karten. Ich bräuchte jetzt was, um irgendwie... Habe ich keine... Nein, nicht du. Habe ich keine Superangel mehr? Anscheinend nicht. So. Gehen wir auf zweimal Kampffahnder. Keine Ahnung, was genau das jetzt bringt, aber... Naja. Ich merke auch schon wieder, dieser Part hier wird Überlänge haben. Das Problem ist halt, nach dem ersten Spiel, da waren wir bei... Zwölf Minuten oder so. Und das Spiel hier dauert jetzt irgendwie schon wieder ewig. Was ein kleines Problem ist. Aber ich merke gerade schon wieder, wir sind durchaus am Verlieren. Kann man schon so sagen, oder? Ich will noch nicht aufgeben, aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Gehen wir mal hier auf Kampffahnder. Wie viel Wasserenergie habe ich denn überhaupt hier auf dem Abladen? Zwei. Das Problem ist halt, dass ich keine Angel mehr habe. Und die bräuchte ich halt gerade, um mein nächstes Kwa-Jutsu wiederzuholen. Äh, ja komm, hier. Machen wir es so. Holen uns hier zwei Wasserenergiekarten. Ziehen das zurück. So. Gehen hier auf die Fähigkeit. Machen hier Schaden. Also ich weiß halt echt nicht, was ich hier noch groß machen soll. Das ist echt so gut wie verloren. Zumindest kommt es mir so vor. Geht es hier nochmal auf den Mondschein. Schlitzer. Ich wollte schon wieder sagen, das gibt es nicht. So, der ist jetzt wenigstens down, oder? Ja doch, genau. Passt genau. So. Nehmen wir uns zwei Energiekarten. Von den Energiekarten... Äh, nicht Energiekarten. Von den Preiskarten her sieht es tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber jetzt kommen wir halt an den Punkt, wo wir hier gegen die krassen Karten kämpfen müssen. Mit Xerneas und... Nochmal Xerneas. 240 Schaden. Oh Gott. Okay, ich packe das zweite Kwa-Jutsu rein. Entwickeln wir es direkt auf Kwa-Jutsu Turbo. So. Werd auch definitiv die Spezialenergie anlegen. Einfach damit ich das auch wieder zurückbekomme. Geh auf den Wasser-Shuriken, Shuriken, wie auch immer. Ähm, 80 Schaden würde ich... Das würde nicht ausreichen. Das heißt, ich muss tatsächlich hier drauf gehen. So, machen hier den Schaden. Äh, sollte vielleicht auch mal das reinpacken. Das wäre ganz gut. Packe auch den Platzballon hier hin. So. Ich weiß nicht, ob es... Ne. Ne. Hm. So, komm, hier, mach Schaden. Moment, wie viel hat der... Der hat noch... Okay. Gehen wir auf Schatten sticken. Damit ist der Down und seine Fähigkeiten verlieren hier erstmal die Wirkung. Auch wenn das eh keinen Unterschied macht. So, wenn wir jetzt noch ein EX-Pokémon von ihm Down kriegen. Was mit dem Schämen, oder Scheimen, gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Dann könnten wir hier... Oh, Moment, ich habe im nächsten Zug gewonnen. Wenn ich einfach Flordelis einsetze auf das hier, meine Fähigkeit ein... Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Ich dachte, wir würden hier verlieren, aber anscheinend haben wir jetzt gewonnen. Nice. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, sehr gut. So, gehen wir hier auf den Wasser-Shuriken, machen hier Schaden. So, 60 Schaden. Gehen auf Flordelis. Mondschein-Schlitzer. So, nehmen die Karte zurück und der ist Down. Wir kriegen zwei Preiskarten. Und haben damit dieses Spiel gewonnen, was ich gar nicht erwartet habe. Nice. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Ist ein ziemlich langer Part geworden. Könnt mir mal gerne eure Meinung zu der NES Mini, Classic Mini in die Kommentare schreiben. Ob ihr vielleicht eine bekommen habt oder nicht. Ob ihr eine wollt oder nicht. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.